An der WM in Ottawa finden die Schweizer Kurler zurück in die Erfolgsspur. Sie feiern ihren vierten Sieg gegen Norwegen in Fünfspielen. Pablo Lachat und Sven Michel beglitten den Stein. Die Schweizer Kurler ums Kipp Yannick Schwaller holen an der Weltmeisterschaft in Ottawa ihren vierten Sieg in Fünfspielen. Sie besiegen Norwegen. Die 114. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Beno Schwarz haben sich gut von der herben Niederlage gegen Italien erholt. Sie dominieren die nordischen Länder, angeführt von Magnus Ramsfjell, sonst dreifachen Weltmeisters Eigil Ramsfjell, mit 9'077% erfolgreicher Versuche. Die Norweger, die zuvor alle vier Spiele gewonnen haben, geben nach sieben Enden auf. Schweizer Zeit gegen Südkorea Die Norweger, die zuvor alle vier Spiele gewonnen haben, geben nach sieben Enden auf.